Nicole Kidman vertraut auf das Feedback ihrer Töchter Die Schauspielerin Nicole Kidman ist bekannt dafür, offen und ehrlich zu sein, sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrem persönlichen Leben. Sie hat in Interviews betont, wie wichtig es für sie ist, ehrliches Feedback von ihren Töchtern zu bekommen und darauf zu vertrauen. Kidman hat vier Kinder, zwei Adoptivkinder mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise und zwei Töchter mit ihrem Ehemann Keith Urban. Sie hat in Interviews betont, wie sehr sie das Feedback ihrer Töchter schätzt und wie es ihr hilft, sich selbst weiterzuentwickeln und zu wachsen. Die Schauspielerin hat betont, dass sie sich darauf verlässt, dass ihre Töchter sie ehrlich und direkt ansprechen, wenn sie etwas nicht gut findet oder Verbesserungsvorschläge hat. Sie schätzt deren Meinung und Vertrauen in ihre Fähigkeiten als Mutter und Schauspielerin. Nicole Kidman ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ehrliches Feedback von den Menschen, die einem nahestehen, anzunehmen und darauf zu vertrauen. Durch ihre Offenheit und Ehrlichkeit zeigt sie, dass sie bereit ist, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, sowohl als Künstlerin als auch als Mutter. Ehrlichkeit ist die blo fists, werkt Tea und Lautes don. Untertitelung des ZDF, 2020